Wir haben hier heute ein Blitzturnier beim Düneberger SV. Wir sind froh, dass solche Mannschaften hier sind. FC Concordia, U17 Regionalliga, Eintracht Braunschweig, U17 Bundesliga, die gerade aufgeschrieben sind von der Regionalliga in der Bundesliga und Holstein-Kiel, U17 Bundesliga. Wir sind stolz, dass die Mannschaften hier sind. Wir spielen jeder gegen jeden, 35 Minuten. Deswegen nennen wir das auch Blitzturnier für Vorbereitung. Ich finde es sehr gut, dass auch mal größere Mannschaften hier hinkommen, dass man nicht immer nur gegen die Dorfvereine hier spielt, sondern auch mal richtig gute Bundesliga-Vereine hier sind und dass man auch was von hier lernen kann. Ich finde das Turnier ist eine gute Herausforderung mit guten Bundesliga-Mannschaften und für die Vorbereitung auch sehr wichtig, dass wir uns einspielen in den Teams. Es ist ein gutes Turnier, es sind gute Mannschaften dabei und es ist gut in der Vorbereitung mal so ein Turnier mitzuspielen, damit man halt gucken kann. In der Bundesliga haben wir Holstein-Kiel auch als Gegner. Da kann man sich halt mal mit solchen Mannschaften schon messen. Ich denke mal, das ist ein guter Test. Ein Bundesligist mit Eintracht Braunschweig, jetzt ein Aufsteiger. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Standortbestimmung. Ich denke mal mit der A-Jugend, denke ich vor allem im körperlichen Bereich ist das natürlich gut, dass auch eine A-Jugend dabei ist. So einfach auch, weil es in der Bundesliga ja ziemlich hart zur Sache geht und das ist auch für die neuen Spieler natürlich ziemlich gut. Die können sich dann auf die Härte einstimmen. Ich bin zufrieden. Wichtig ist für mich, dass alle Mannschaften da sind und dass es faire Spiele werden. Man muss sich auf viele verschiedene und neue Spielsituationen einstellen. Und ich denke, das ist im Vergleich zum Testspiel, also zu einem normalen Testspiel, natürlich nochmal deutlich anspruchsvoller. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017